da kann ich mich doch daran erinnern genau halt aber die grafik war ja damals schon geil ich gehe mal kurz auf lautstärke die muss ich noch mal ein bisschen höher machen alles klar müsste jetzt passen das munition knapp das ist aber auch vom vom alter wie schnell der sich bewegt ist okay das haben sie ein bisschen anders gelöst du kannst mit der rechten maustaste dann halt im vierten teil ranzoomen und mit normal mit der linken so schießen aber hier muss ja mal die rechte drücken um zu schießen jemand kann auch so schließen ach stimmt ja klar nur man sieht nicht wo man hinzu mit e kann man ja noch mal speziell festhalten und hier ja mehr munition finden kann man die leichten eigentlich durchsucht irgendwie oder so war das konnte man durchs hier wenn man die durchsucht kriegt man so die munition alles klar das ist da auch anders ja vor allem hat man ja nicht ewig zeit um die zu durchsuchen die die sparen ja nicht klar mit dem ausempfindlichkeit ja das ist echt extrem ich habe ja auch so meine schwierigkeiten ohne baller like habe ich bekommen wir müssen auf frieden stellen die kann man kann ja auch mit leertaste treten genau das im neuen teil aus so die lädt sich dann auch noch mal extra auf und dann kannst du so eine special combo machen irgendwie wie kann man diese handgranaten werfen mit g glaube ich kannst du die werfen alter aber ich habe keine waffen mehr keine munition mehr mal dir von denen so halt und hier liegen sie überall rum kannst du nicht alle durchsuchen so ich komme halt der alter wie schnell das ist das ist ja gar nicht spielbar furchtbar das stimmt aber mit x kannst du unten deine granaten und so austauschen achja super super wc oh wc code wc 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 also ich habe jetzt mal ein paar weggetreten ja komm mach dich weg jetzt ja eigentlich schon rein oder jetzt kann man rein weil man munition sammeln und so hier ist ja noch gar keine munition der safe room kommt irgendwann anders alter ist das eine maus empfindlichkeit hier oben sind waffen ich habe mir meine schrotflinter genommen ich weiß wie lange wo du bist ganz oben in dem haus immer noch wo wir reingegangen sind da müsste ganz oben links müssen noch eine waffe sein da alter dieses leichen durchsuchen mit der damit man munition bekommt das finde ich ziemlich anstrengend muss ich sagen ja das ist schon mal was anderes ja mal was anderes als nachladen wir sind drin im safe room das ist gut ja wir sind ja muss ja mal wieder klarkommen hier das ist ein ganz anderes spiel irgendwie na gut ausgestattet johann ja hat er wie die köpfe hier rum kohlen ja hat er schon getreten einfach weg ja 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 Du bist die ganze Zeit, bückt man sich nur noch und hebt Munition auf irgendwie und durchsucht die Zombies. Zack. Alter, wie die auseinanderfliegen. Schon krass. Alter, du... Das Spiel kannst du in 5 Jahren nicht mehr spielen, glaube ich. Auf dem neuen System, äh... Die sind ja so... Die Engine ist ja so anfällig, wenn... Wenn du, sag ich mal, eine gute CPU oder so hast. Und da zählt ja deine auch schon zu. Dass sie... Dass das Spiel so schnell ist. Ja. Das Gefühl, umso schneller der PC, umso... Schneller ist auch das Spiel, äh. Ich aktiviere mal hier, ne? Ach ja, stimmt. Komisch im Kopf. Jetzt geht's gleich los. Genau, den mussten wir ja letztes Mal auch aktivieren, ne? Das hatte ich schon gar nicht mehr... In Erinnerung. Ach, ist ja, stimmt. Wir können ja... Wie legst denn du die ab mit, äh... Mit F. Ah. Super. Oh, jetzt geht's ja ab, ey. Ich glaube, da sind wir letztes Mal auch... Das erste Mal denn so gescheitert, ne? Das kann doch so sein. Jetzt kommen sie. Hm. Oh, jetzt kommen die, die explodieren. Ah. Ja, jetzt haben wir ein kleines Knalltrauma und... Oh, oh. Alter. Noch einer. Ah, den konnte ich stoppen. Alter. Sind echt übel drauf, die Jungs hier. Oh, oh. Oh, da wieder einer explodiert, ey. Ich glaub's ja nicht. Obwohl, die haben wir ja ganz gut im Griff gehabt, so, ne? Ich warte mal ab. Oh, da kommen ja noch mehr, ey. Oh, scheiße. Jetzt war ich natürlich wieder... Jetzt bin ich am verbluten hier, ey. So, wieder typisch Sven. Große Schnauze. Und da... Nichts hinter. Ja, noch 30 Sekunden hab ich. Oh, der haut hier auf. Alter, so ein Arsch. Jo, danke. Oh, wieder am verbluten. Das gibt's doch gar nicht. Du bist hier aber ganz gut im Schach. Ja, mal gucken. Gleich höre ich keine Munition mehr. Aber wie ich das hier so sehe, würde ich sagen, wir können auch eine Runde Handschauder und spielen. Ja, können wir auf jeden Fall machen. Ja. Oh, nein. Alter, so ein Amateur, wenn du anstatt EF drückst. So. Boah, hier geht's schon wieder weiter. Ja. Boah, hier geht's schon wieder weiter. Alter. Ich verblute schon wieder, ey. Was ist denn los, ey? Boah, hier geht's schon wieder. Boah, hier geht's schon wieder. es geht ganz gut ab ich werde wieder eine granate in der super ich bin echte hält im erdbeerfeld hier das ist gut kommen immer noch nicht so ganz klar mit den ganzen munitionen einsammeln und so ja das ist schon scheiße wenn man uns anders gewöhnt ist so ne ja quasi drücken muss um aufzunehmen ist schon blöd genau alles klar andere waffen nehmen ach ja jetzt kommen die stimmen da hatten wir letztes mal glaube ich auch rausgefunden dass es durch treten besser geht als durch schießen ja genau ja kick some ass hatte die genau auch ab jetzt kommt sie von da jetzt bin ich schon verblüht scheiße wieviel hast du noch 15 minuten äh sekunden ich bin gleich wieder weg ich bin jetzt bin ich am verbluten ich habe auch gedacht ich kann im liegen dann irgendwie noch schießen aber das geht wohl nicht immer ja irgendwie am anfang kann man noch schießen aber dann äh die 1 zu 3 ach du scheiße dann dann oh ja ja kicken wir ja kriegst du willst du musst mal ausweiten gemetzt der hier das ist doch richtig übel und gut dass wir friendly fire ausgeschaltet haben so war es das jetzt ja sehr gute arbeit weiter aber auch anstrengende arbeit so laufen wir mal weiter die kommen manchmal auch aus allen ecken gekochen ja und vorne hinter einem und schluss ich glaube hier war es auch ziemlich mist ja mich wohl das doch so fette glaube ich mit maschinengewehren oder so ja meine das munition ist alle ja da kommt der sette weiter wie das klingelt bei denen am helm ja 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 warte mal ich locke den mal ein bisschen hierher in der hoffnung dass ich die gas kartusche noch abballern kann jetzt hat er sich einmal geschüttelt und dann war es da schon wieder ja aber jetzt bin ich am verbluten hm 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 ja hm 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 ja hm für fette stimmt aber richtig übel dicke fette weiter fix 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 sehr gut es ist so als wenn man gerade in so ein stück schokolade beißt endlich hier munition aufnehmen kann mp auf mp mp ich bin ja auch so ein englisch künstler jetzt gibt es ja auch scharfschütze ach ja an den kann mich auch noch erinnern ist das nicht dieser fliegende typ da so ein komischer typ fliegt doch da immer oben rum noch mal schön nachladen haben wir ja gelernt heute sind aber flinke wir können ja mal zurückgehen hier ist noch eine gasflasche wenn die dann auf uns zukommen hier kann ich die mit zielfernrohr platz schießen jetzt habe ich wieder empfinden meine mp aufo schon nicht genau die dafür ich kann ich kann So, das war gute Arbeit Scheiße, hier sind wir doch auch immer verreckt, oder? Ich glaube Ja, doch, das kann sein War das nicht auch so, dass da noch Irgend so ein komischer Teufel Engel rumgeflogen ist, der mal geschossen hat und so Ich weiß nicht, ich weiß nur, dass jetzt hier dann Unglaublich viele Gegner kommen Und auch noch dazu der komische Diese mit einem Maschinenpistole Ja, stimmt Und nein ich blöd man tausche die waffe ich werde auch viel gala ich bin ja die flinte die war sehr geil die habe ich jetzt wieder aufgenommen ja 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 Hier sind oben auch richtig noch viele Waffen, die man so nehmen kann. Ja, die werden wir auch brauchen. Ach ja, jetzt kommt die Scheiße. Oh, jetzt muss ich hier irgendwie weg. Kommt der Dicke oder was? Ja, ich bin da verbluten, Scheiße. Ach der Scheiße, ja, den werde ich jetzt... Nee, auch nicht überleben. Alter, übel. Heftig.